Hallo und willkommen bei worldofguns.de Heute wollen wir Ihnen einen ganz besonderen Perkussons-Revolver vorstellen, den Patton-Chill Double-Action Revolver. Mein Name ist Ulrich Kastner und ich freue mich, dass ich Ihnen diese seltene Sammlerwaffe näher bringen darf und darf mich an dieser Stelle bei dem Sammler bedanken, der sie uns für diesen Beitrag zur Verfügung gestellt hat. Der amerikanische Bürgerkrieg löste den USA im Bereich der Waffentechnik eine regelrechte Innovationswelle aus. Mit seiner Entwicklung eines Perkussons-Revolvers mit innenliegendem Hammer ging C.S. Patton-Chill bei der Entwicklung seines Revolvers einen eigenen Weg. Die Patenterteilung für den Patton-Chill-Revolver, der ein sogenannter Double-Action-Only-Revolver ist, erfolgte bereits 1856. Anhand des fehlenden, hausendliegenden Hammers, Sie kennen das vielleicht, der Hammer hier zum Spannen für einen Revolver, ist der Patton-Chill-Revolver relativ leicht zu erkennen. Nachdem 1857 das Patent von Samuel Colt für seinen Revolver, welches er im Jahr 1835 erhalten hatte, endete, war der Weg für Patton-Chill frei, seinen Revolver fertigen zu lassen. Die Fertigung erfolgte von 1858 bis 1863 bei der Rochas-Spencer Company. Der Patton-Chill-Revolver wurde in zwei Kaliber-Variaten gefertigt. Für den Einsatz bei der Armee wurde der Revolver im Kaliber .44 Black Powder ausgeführt. Die Marineausführung hatte das kleinere Kaliber .34 Black Powder. Zum Einsatz kamen Papierpatronen. Die beiden Varianten unterscheiden sich auch bei der Lauflänge. Die Navy-Ausführung hatte einen 4,5 Zoll Lauf, die Armee-Ausführung einen Lauf in 7,5 Zoll. Beide Varianten hatten sechs Züge und es konnten sechs Papierpatronen geladen werden. Insgesamt wurden für die Armee 2.000 Stück und für die Navy 900 Stück gefertigt. Obwohl der Einsatz bei der Kavalerie für den Schützen wegen des Double-Action-Prinzips gewisse Vorteile hatte, konnte sich der Revolver insgesamt nicht behaupten. Werfen wir noch einen Blick auf unseren Patton-Chill-Revolver hier in der Armee-Ausführung. Ja, betrachten wir den Evolver von der rechten Seite, so fällt natürlich sofort auf der fehlende Hammer und der Feuer konnte, wie schon erwähnt, im Double-Action-Prinzip des eheligen Hammer abgefeuert werden. Die Kammer fasst den Selbstschuss und wenn wir ihn auf der rechten Seite anschauen, auch hier ein sehr schlicht und einfaches Design, das Innenleben dafür deutlich komplizierter. Vielen Dank für Ihr Interesse.